Handy Sektor erklärt App gesichert. Worauf muss ich beim App-Kauf achten? Das ist Tina. Tina ist heute richtig gut drauf. Sie hat sich gerade ein neues Smartphone gekauft. Tolle Kamera, brillantes Display und ein Up-to-Date-Betriebssystem. Für das perfekte Smartphone-Vergnügen fehlen eigentlich nur noch die passenden Apps. Doch Tina ist unsicher. Woran erkennt sie eigentlich gute und seriöse Apps? Zum Glück haben ihre Freunde einige hilfreiche Tipps für sie. Elias hilft ihr bei der Auswahl der passenden Apps. Tina soll sich zuerst überlegen, welche Funktionen sie überhaupt benötigt. Dann suchen die beiden passende Apps aus, aber natürlich nur in den offiziellen Stores. Hier werden alle Apps zumindest grob auf Schadcode überprüft und fiese Hacker ausgesperrt. Die Top-Download-Listen sind nicht immer hilfreich, denn nur weil viele Nutzer die App installiert haben, heißt es noch lange nicht, dass diese auch gut und sicher ist. Elias schaut viel mehr in die Nutzer-Kommentare und liest vor allem die schlechten Bewertungen durch. Im Zweifel wird die App nicht installiert. Bevor Tina die App installiert, empfiehlt Paul ihr, einen genauen Blick in die allgemeinen Geschäftsbedingungen, kurz AGB, und auf die Berechtigungen zu werfen. AGBs kennt Tina, das sind diese elenlangen und unverständlichen Texte, die sie immer wegklickt. Tina sieht aber ein, dass es sinnvoll ist, die AGB zumindest zu überfliegen und auf Angaben zum Mindestalter und Kosten zu achten. Damit die Daten auf ihrem Smartphone vor App-Spionen geschützt sind, überprüft Tina zudem die Berechtigungen. Verlangt eine App unnötig viel Zugriff auf Daten oder Funktionen, sollte Tina zu einer besseren Alternative greifen. Dank der guten Tipps ihrer Freunde hat Tina nun seriöse und sichere Apps ausgewählt. Damit auch während der Nutzung alles glatt geht, hat Lisa noch ein paar letzte Tipps. Sie empfiehlt Tina, die In-App-Käufe zu deaktivieren und auf keine Werbebanner in den Apps zu tippen, damit sie nicht in eine Kostenfalle tappt. Damit die Apps weiterhin sicher sind und fehlerfrei funktionieren, sollte Tina sie regelmäßig updaten. Apps, die lange Zeit ungenutzt sind, können getrost deinstalliert werden. Und falls Tina mit einer App einmal unzufrieden ist, kann sie diese je nach Store innerhalb von wenigen Stunden oder sogar Tagen zurückgeben und erhält in der Regel den Kaufpreis zurück.